Wir haben eine Wasserrutsche auf dem Boot, was ist das hier? Freunde, Zoe kommt jetzt gleich jeden Moment und ich werde sie überraschen mit der Giga-Überraschung. Hier ein Pfeil und hier eine Weltkarte. Ihr wisst, was jetzt passiert. Ihr wisst... Man, eine Sekunde noch. Auf jeden Fall, sie hat jetzt gleich einen Versuch, mit diesem Pfeil auf diese Weltkarte zu schießen. Wenn der Pfeil steckt, fliegen wir da hin, wo die Karte steckt. Wenn das in Deutschland steckt, dann müssen wir halt, keine Ahnung, nach Mecklenburg-Vorpommern fahren, aber egal. Also wir können jetzt nach Mexiko fahren, wir könnten nach Alaska fahren. Hallo? Was passiert? Na, du musst ein bisschen warten. Weil sie mir den in den Kopf schlacht. Ja, den in den Kopf schlacht. Guck mal deine Sachen weg. Was jetzt passieren wird? Jetzt die nächsten Tage verändern. Das ist richtig krass, was wir jetzt machen. Und zwar, schau, dass ich hier aufgehangen habe. Was ist das? Eine Weltkarte. Ich sehe es, ich sehe es. Kannst du schon ahnen, was wir jetzt machen? Nein. Du willst jetzt mit diesem Pfeil auf die Weltkarte diesen Pfeil werfen und davon hinfrisst. Da fahren wir auch jetzt hin. Wir gehen auf einen Urlaub. No. Yes. Du musst jetzt... Wirklich? Ja. Also könnte ich auch noch China werfen? Hä? Warum willst du nach China? Nein, ich würde gerne irgendwo in ein Winter Wonderland. Aber die Lügen, oder fahren wir hin? Wir fahren wirklich dann hin. Wann? Jetzt. Dann morgen führ ich das Ticket und wir fahren hin. Es ist der Beste, ich will nur noch. Ein Versuch, als nur stecken. Warte, ich muss erst mal gucken. So, let's go. Ganz egal. Ja, ganz egal. Überall. Ja. Hä? Perfekt, der war schon mal ein Fail. Okay. Let's go. Los, wach! Ich weiß nicht, Mann. Oh, oh mein Gott. Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Arabisch Meer! Wir sind hier genau auf dem Arabischen Meer. Okay. Also. Wir haben jetzt mal wieder eine sehr trinkige Situation. Wir haben es leider wie das mal auch gehabt. Ich bin im Meer gelandet mal wieder. Wir müssen jetzt versuchen, genau an den Punkt mit einem Boot zu kommen. Was? Du hast es jetzt halt wieder ins Meer geschossen, ja. Wir werden jetzt mit einem Boot zum Arabischen Meer da irgendwie hinfahren müssen. Weil letztes Mal habe ich einfach die Insel daneben genommen. Das wäre jetzt zum Beispiel in dem Fall Benga-La-Ru. Das sieht so geil, war nicht? Ich will jetzt genau da an diesen Ort, genau zu diesem Meer, im Arabischen Meer. Keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Ich werde das jetzt alles nachkugeln. Wir werden jetzt irgendwie zu dem Arabischen Meer fahren. Aber nicht mit einem großen Boot. Vielleicht wird es auch ein Schifferboot. Wir werden sehen. Noch am selben Abend habe ich mich auf die Suche gemacht. Wie kommen wir da hin? Und die krassesten Zufälle sind zusammengekommen. Sodass ich wirklich Zoe mit einer unfassbaren Reise überraschen konnte. Wir kommen es vereint als zu spät an, aber wir können auch auf das Boot kommen. Das heißt, es wird kein gammliges Boot und ich habe Zoe die ganze Zeit richtig Angst gemacht. Aber naja, vielleicht bekommt sie das ja auch noch. So, let's go, Tag der Abfahrt. Ich habe dir was Schönes geplant, aber du weißt ja noch gar nicht, wo es hingeht. Nein. Wir werden in das Arabische Meer fahren. Der Flughafen. Der Flughafen. Und es ging hoch, 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 hoch hinaus auf die Eins. Es ging das Risiko ein und der Traum wurde mein. Geile Idee, also lass einfach los. Viel zu teuer. Einmal für den Weg. Sechs Uhr morgens. War der einzige Flugzeug, der ging. Also Freunde, wir sind jetzt mitten in der Wüste. Es ist unfassbar, es ist jetzt schon 33 Grad. Wir kommen aus dem absoluten Winter. Und auf einmal hat uns so eine Hitzewelle überrollt. Das ist so hoch. Das muss aber an mir liegen. Das ist ja schon lustig, wie man mehr auf die AIDA gehen würde, oder? Ja, wäre schön. Ich sehe. Warte mal, ist das die? Das ist das Schiff, auf das wir gehen werden. Dieses AIDA-Schiff wird genau an die Position, wo du hingeschossen hast. Und deswegen sind wir jetzt sieben Tage auf diesem geilen Schiff. Das wird so krank. Weißt du, was ich die ganze Zeit dachte? Es wird so ein richtig kleines Uga-Boost. Nein, nein, nein. Sprachlos. Ich glaube, das werden die krassesten sieben Tage unseres Lebens. Danke, dass wir immer noch hier hingeschossen sind. Das war der krasseste Zufall, wirklich. Also ich bin auf jeden Fall sehr hyped. Ich kann es auch nicht glauben. Digga, was machen wir? Gestern waren wir noch zu Hause und jetzt sind wir hier. Sieht so unrealistisch aus, oder? Ja, was ist das? Oh, das ist diese Fake-Insel. Das ist die Fake-Insel. Die haben ja so Fake-Strand gebaut. Leute, ihr müsst euch das angucken. Das sieht von oben aus wie so eine riesige Pflanze. Und die haben einfach da so Sand ins Meer reingekippt. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist da einfach so eine Fake-Stadt im Wasser. Alter, was machen die hier? Wir waren zwar ultra müde, aber wir haben dann auch ganz viel erkundet. Und waren einfach nur komplett überwältigt. Wir haben eine Wasserrusche auf dem Boot. Was ist das hier? Oh, das ist einfach dunstig, dass ihr hier fahrt. Ich bin komplett überfordert. Was ist das hier für eine kranke Scheiße? Oh, mein Gott, das glückte Jahrhundert. Unser Zimmer für die nächste Zeit. Das ist krank. Das ist einfach nur krank. Was machen wir? Wir sind auf einem Schiff. Warum bin ich da noch durchdrehen? Was ist das für ein Ausblick? Was ist das für ein Ausblick? Es ist so heiß. Ihr könnt es sich vorstellen. Blenden. Ich habe nur vollständig. Dangerous Points. Dann, wir sollen auf Deck 3 kommen. Und dann dieses Laute. Jetzt eine Sekunde hier. Es gibt einen Alarm. Perfekt. Was machen wir jetzt? Schlafen. Kurz zur Erklärung. Wir waren todesmüde. Und wir haben es einfach gar nicht gecheckt. Ich habe einfach nur gelacht. Ich erkläre euch mal, was passiert ist. Wir waren gestern so todmüde. Wir waren einfach am Schlafen. Da ging einfach der Alarm an. Mega. Wir ging erst mal der Schiffsalarm an. Und wir dachten, Alter, was passiert hier? Wir sind eben so in den Westen genommen und sind rausgerannt. Ja, und dann haben wir gemerkt, dass wir die Einzigen waren mit den Westen. Das war immer so fast. Hier macht gar nichts los. Keiner, nein. Keiner, wir gehen jetzt wieder, Digga. Keiner hatte die Westen an. Nur wir, weil es einfach nur ein Testalarm war. Wir sind auf jeden Fall die Schlausten auf dem Boot hier. Wir sind aber noch sehr weit entfernt vom Punkt. Wo wir so hingeschossen haben, ist es noch ganz woanders. Wir liegen hier noch in so einem Hafen an. Das ist irgendwie so ein random Hafen. Wir sind auf jeden Fall noch nicht auf dem Arabischen Meer. Und deswegen haben wir noch ein bisschen Zeit zu vertreiben hier in dieser Stadt. Wir sind noch ein bisschen Kanu gefahren. Ah, ist das schön, wenn man angetrieben wird. Was da auch immer das hier ist. Alter, so Zoe, super. Wir waren in so richtig krassen, riesigen Gebäuden. Der Kölner Dom hat sich irgendwie verändert. Junge. Und wir haben uns eine Schiffstour geholt mit dem besten Schiffsführer. Der hat einfach uns fahren lassen mit dem Boot, beziehungsweise Zoe. Okay, Freunde, es ist der Moment, wo wir alle untergehen werden. Zoe ist am Steuer. Zoe hat dann da rumgefahren. Wir waren aber nur so WTF. Wieso erlaubt er das? Vielleicht mal in den Rogen den Knopf drücken. Na ja, wegen Zoe's Fahrkünsten waren wir dann sehr schnell sehr schlecht. Wirklich, ich hatte noch nie so eine Seekarriere. Ich war wirklich so dreckig. Das war so sehr. Für mich war es so schlecht, dass ich ab vom Boot gesprungen bin ins Meer, um dann irgendwie, irgendwie klar zu kommen. Es war ultra hoch. Ich bin auch gesprungen übrigens. Aber die Aufnahme haben wir nicht mehr. Also tun wir einfach so, als ob Zoe sie nicht getraut hat. Dann sind wir abends einfach nur ultra hungrig in so ein Restaurant gegangen und wir dachten einfach, ey, wir wollen irgendwas essen. Alles auf diesem Schiff hier ist komplett verrückt. Wir wollten nur essen gehen. Wir wollten nur essen gehen. Dieser Küchenchef hat irgendwelche Sachen rumgeworfen. Er hat so eine Show gemacht. Wir waren so, wir sind einfach nur hungrig. Bitte, bitte gib uns das Essen doch einfach. War aber mega geil und mega funny. Wir sind dann komplett todmüde auf dem Weg zur Kabine gegangen. Da haben wir aber gesehen, dass wirklich einfach, wer wird Millionär aufgenommen? Was? Also, hä? Wer wird Millionär ist hier einfach auf der PS? Das ist echt krank. Wir haben die ganzen auf die Aufgaben gegoogelt. Ich wusste sie natürlich alle. Die Antwort ist B. B. Wir werden aber jetzt in wenigen Minuten ablegen. Und das heißt, dann werden wir endlich an den Punkt der Punkte kommen. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich habe gesehen, hier gibt es so eine Rutsche und es ist wirklich anders funny. Es ist halt irgendwie so, dass irgendwie die Hälfte der Leute noch stecken bleibt. Und die dann so rüber robben und das ist einfach nur witzig. Da bleibt wieder jemand stecken. Das ist so geil und so peinlich. Ich habe mich dann einfach zehn Minuten hingestellt und habe gesagt, habe ich habe die ganze Zeit gefilmt. Das war mein Entertainment für den Tag. Ich glaube, wie den ganzen Tag steht. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. Let's go. Jetzt geht's rutschen. Mal sehen, wie das Rennen gewinnen wird. Nein! Ja, nein! Ja, mein Gott! Oh mein Gott, was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ich musste mich bremsen. Was ist denn? Wir wollen jetzt da anhalten, wo es durchsteht. Ich denke, es muss uns gegenseitig winken. Wir bleiben jetzt so schnell. Okay, anhalten. Okay, Freunde, wir fahren jetzt gerade hier los. Genau zu deinem Punkt, wo du den Pfeil geworfen hast. Es ist so heftig. Oh, Membo. Aber jetzt würde ich sagen, geht es erstmal in die Pofe, weil wir sind seit sechs Uhr wach. So, ich schau dir das an. Ein Träumchen. Ein Träumchen. Und du weißt, was auch ein Träumchen ist? Sind wir da? Wir sind genau jetzt gerade angekommen. Genau an dem Punkt, wo du hingeschossen hast. Wo? Da unten. Genau an dem Punkt. Genau an dem. Vielleicht sind wir ein bisschen... Aber wir sind auch immer sehr, sehr nah dran. Hier ist auch immer das Arabische Meer. Das ist ein Arabische Meer. Das ist ein Arabische Meer. Glücklicherweise haben wir jetzt hier kein Schifferboot oder so ein Mini-Boot. Das heißt, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, was wir hier verbringen können, dass wir doch immer sehr geil werden. Bis jetzt haben wir auch immer eine richtig krasse Zeit hier. Ja. Hi. Moin.